Denn der Abdruck ist das wahre Bild und der Schnitt wird allein um des Abdruckes halber gemacht. Johann Friedrich Christ Das Interesse an geschnittenen Steinen und ihrer Sammlung hat eine uralte Tradition, die bis in die Antike zurückreicht. In der Renaissance erfreute sich dieses Sammeln antiker Gemmen besonderer Beliebtheit. Edelsteinsammlungen, die man mit dem Begriff Daktiliotheken bezeichnet, zierten die antiken Sammlungen des europäischen Adels und spätestens seit dem 18. Jahrhundert auch die der kunstsinnigen Bürger. Wurde im klassischen Altertum der Begriff Daktilothek für Sammlungen originaler Gemmen verwendet, bezeichnet er ab dem 18. Jahrhundert auch Sammlungen, die aus Abgüssen der Originalen bestehen. In mit Papier ausgekleideten Kästen wurden die aus weißem Gips oder rotem Schwefel hergestellten Abdrücke eingeklebt und verwahrt. Solche Sammlungen boten Gelehrten, Künstlern, Bildungsbürgern und Schülern an Kunstakademien und Gymnasien einen bequemen Zugang zur Kunst. Zuvor waren die Motive meist in Form von zweidimensionalen Kupferstichen in Büchern überliefert. Durch die große Vielfalt, die die erhaltenen Gemmen und ihre Replikate bieten, geben sie über ihre Plastizität einen unvergleichlichen Einblick in die Kunst der Antike. Das Verfahren zur Herstellung dieser Replikate hat sich im Laufe der Jahre mit der Entwicklung von Technik und Handwerk verändert. Heute werden moderne Materialien verwendet, um Abdrücke herzustellen. Die Gemme wird mit Talkum bestäubt. Von dem Original wird in Plastilin vorsichtig ein Abdruck erstellt. Der fixierte Abdruck wird mit Silikon übergossen. Nach dem Aushärten des Silikons erhält man eine Form, welche ein Replikat des Originals ist. Die gewonnene Form dient nun als Matrize für weitere Abformungen, die in Gips ausgeführt werden. Nach dem Herauslösen aus dem Silikon ergibt sich ein fertiger Abdruck. Das hier gezeigte Verfahren zur Herstellung von Replikaten in Glas wird in Anlehnung an die historische Vorgehensweise aus dem 18. Jahrhundert durchgeführt. Um den Prozess besser zeigen zu können, wird das Glas nicht im Ofen, sondern über einer Brennerflamme erhitzt. Zunächst muss ein Abdruck einer Gemme hergestellt werden. Der Abdruck muss hitzebeständig sein. Historische Rezeptoren überliefern eine Mischung aus Gips und Triepel. Ein Glasstab wird erhitzt, wodurch das Glas weich und formbar wird. Hat es die richtige Temperatur, wird es auf den Abdruck einer Gemme gepresst. Nach dem Erkalten trennt sich der Gips vom Glasabdruck. Anschließend wird die Paste vom überschüssigen Stab abgetrennt und das Glas von den Resten des Abdrucks gereinigt. Das Ergebnis ist ein Replikat, das als Form für Gipsabgüsse verwendet werden kann. Über diesen Zweck des Werkzeuges hinaus werden die fertigen Glaspasten geschliffen und in Schmuck eingearbeitet. Die Verfahren der Herstellung von Abgüssen erfordern handwerkliches Geschick und Erfahrung. Aus dieser Kombination entstanden Reproduktionen antiker Gemmen in Gips, die weite Verbreitung erfuhren. In seiner italienischen Reise bemerkt Johann Wolfgang von Goethe dazu, Solche Abdrücke sind der größte Schatz und ein Fundament, das der in seinen Mitteln beschränkte Liebhaber zukünftigem großen mannigfaltigen Vorteil bei sich niederlegen kann.